Solche Paarungen wie Big Jigga Jay gegen Johnny Dixon wären Battles, die natürlich eindeutiger nicht sein könnten. Ja, ihr seid das. Wo ist deine Mütze? L response meine Mütze? Ach nee, keine Dank. Ach ja, da ist jeder. Ah ja, wisst ihr, das nervt mich jeden Tag auf der Straße und schreit mir und fragt mich immer, komm Jigga, machste beim jbb mit, bitte bitte bitte. Das Problem ist, mein Beatproduzent ist abgesprochen und jetzt... Hab ich mich richtig drangeklemmt und bin jetzt seit einer Woche hier, hab mich ins Studio, äh, Studio sag ich schon, ins Hotel eingesperrt, keiner hat mich drangelassen, geschrieben und ein Beat gemacht und ich weiß nicht, ich bin nicht so zufrieden, ihr könnt ja selbst reinhören. Ja, wie ihr hört, es ist irgendwie nicht so ganz rund, also, wenn du ein richtig guter Beatproduzent bist, richtig gut abmischen kannst und dich perfekt mit Logic auskennst, dann schreib mich an, ich brauch jemanden, der mir einen richtig heftigen, krassen, bombastischen Mega-Beat produziert. Und wenn du mich anschreibst und der Richtige bist, dann bist du im JBB 2017 zu hören, vom Big Jigga Jay Allmächtigen. So, weißt du, Beatproduzenten hab ich Tausende, aber bis jetzt war noch keiner richtig, der so richtig perfekt abgemischt hat, wisst ihr so, dass es so hundertprozentig rund war oder 110%ig, weil Jigga will immer ein bisschen mehr. Und, ja, das fehlt mir einfach, deswegen meldet euch, Freunde, meldet euch, dann seid ihr dabei beim JBB BJJ 2017. Ich bin leider noch ein bisschen müde, ey, gestern war ein bisschen hart und gib jetzt mal weiter an die Crowd da draußen. Haut rein, Leute! Ah, ja, und meine lieben Mitbürger, vergesst nicht, am Sonntag um Punkt 13.13 Uhr kommt mein neues Musikvideo. Pfüllchen, gib mal Pfüllchen! Pfali, Avant Töner! Pf Pfung, Pfung, Pf God! P butterPrau, Pfüends, apght! Pfur, Pfing, Pfing, Pfing! Pfùng, Pfing! Pfing, Pfing! Pfing. Pва pfing, Pfing! Pfing!ає!